Hallo und herzlich willkommen wieder hier auf meinem Kanal ZOCKTVHD und heute zeige ich euch, wie man hier Pins zufügt. Ich habe hier schon ein paar Pins, die stehen schon fest. Lego Privates of the Caribbean, Smackdown 11, Pro Evolution Soccer 2012, FIFA Street, FIFA 12, Polytheon Runde, Assassin's Creed 1, SSX, MBW 13, GTA 5, FIFA 13, Need for Speed, The Run und Family Guy Z.I.M. Jetzt gehen wir wieder zurück. Ja und hoppla, jetzt gehen wir unter Spiele, ihr gebt jetzt irgendein Spiel ein, ich gebe jetzt mal ein Fable, einen Moment, ähm hier, Fable, so. So, ich gebe jetzt mal ein Fable, hier sind die Fable-Spiele, es gibt ja noch mehr, ich gebe jetzt mal das ganz erste, so, Fable 3. So, und jetzt seht ihr hier, ähm, so, ähm hier steht jetzt, äh, an Startseite anpinnen. So, jetzt steht dort Pinsen, jetzt gehen wir mal gucken, ob es geklappt hat. So, jetzt, ich sehe jetzt noch nix. Hier, oh, hier ist es ja, Fable 3. So, da angepinnt. Jetzt mach das lieber weg. Lieber. So, und, ja, wenn es euch gefallen hat, dann einen Daumen hoch, wenn nicht, einen Daumen runter, abonnieren und kommentieren, kommentieren. So, heute kommt auch das nächste Video, tschüss und bis dann, tschau, dankeschön. Ja, tschau.